... sind keine Zivilisten, sondern Terroristen, die nicht unter dem Schutz der Genfer Konventionen stehen. Artenbefehl! Zweitens, für die Überraschungsanlage wird die Geplan ausgeführt, für die Versorgungslinien schließen, für Verpflegung und Tradition. Drittens, eine ekelte Eindienstangelegenheit von höchster Wichtigkeit. Wir vermissen einen Unteroffizieren. 35. Immenseite Batallion, 5. Kompanien. Name Hans Brand, seit 3 Wochen in der Position des Präsenz. Okay, warte mal. Weder ich noch Sie sind hier, um die Befehlungsführer zu hinterfragen. Sie werden einen Zugtrupp ausschicken, finden Sie dieser, was nicht entkommen ist. Und wenn Sie ihn gefunden haben, erschaffen Sie umgehend Bericht. Was kann man? Was will ich schon mal tun? Gott hält dich zum Namen, schreib mal herz. Wissen wir ja getan haben, Markus, das ist auch nicht schlimmer sein, als das, was jeder andere in diesem Krieg getan hat. Ich stehe in der Entuchung zu werfen. Ich bin das nie zuerst. Wir nehmen den Pest und geben ihm meine Fragezeiten. Dann kommt früher in die Zähne aus. Jawohl, ich bin froh in dieser Krieg vorbei. Ich will zu meiner Familie zurück. Ich bin froh in der Reise, und bester tuv'er, mit der Reise in der Reise ist, die Seite der Reise hinz. Ich bin froh in der Reise. Ich bin froh in der Reise. Herr, du, du, ich bin froh in der Reise. Ich bin froh in der Reise. Dann klein. Nur für diese Erfahrung. Nein! Ich habe ein paar Pfeifen in mir. Pup a Lektro! Votas ist gut? Du hast du dich? Du hast du dich mal. Du hast du dich? Du hast du dich mal. Das ist gut. Was ist interessant? Ich hab das hier zu wenigstens. Oh, das ist hier? Ja. Ich weiß nicht, dass es nicht mehr so ist, weil ich da Marco Lotto war, wo ich auch in der Zeit war, wo ich bin, 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 wo ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017